Heute Nacht ist mächtig, was los? Aber ein Plätzchen lässt sich immer finden. So sieht's aus. So und nicht anders sieht es aus. Und damit begrüße ich euch recht herzlich. Und ihr seht, ich hab wieder einige Zeit nicht gespielt. Und da haben sich ein paar Queste aufgestapelt. Und ich würde sagen, die nehme ich mit euch mal in Angriff. Mal schauen, ob es eine Niederlagenserie wird oder eine Gewinnerserie. Wir fangen mal an. Was können wir denn gemeinsam... Jäger, ne? Jäger können wir hier gemeinsam machen. Oh ja, Jäger. Nehmen wir mal. Können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich hab keine Ahnung. Da hab ich nur elf Siege. Das sieht wahrscheinlich mein Deck noch nicht optimal aus. Das ist ein Wildtier-Deck. Hm. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Und hoffen, dass wir nicht nur gegen so Spieler spielen, die 5000 legendäre Karten haben. Denn ich hab immer noch nur eine legendäre Karte. Und die ist in meinem Magier-Tippen. So sieht's nämlich aus. Ja, es ist zwar schön, ne? Sind zwar schöne Karten, aber... Nicht für den Anfang. Ja, hätte ich's ja drin gelassen. Hätte ich's ja drin gelassen. Na ja, gut. Manchmal soll man's ja auch drin lassen. Ist meine Meinung. Na. Grüße. Grüße. Fester Ski. Fester Ski. Meint ihr, er ein fester Ski? Also Schneeschuh? Oh, der will gar nicht. Ah, was ist denn das wieder? Muss ich euch wieder rausschneiden? Ist Telefon geklingelt? Oder... Es geht ja gleich gut los, oder? Was jetzt? Oh Gott. Ich muss mich entscheiden. Oh Gott. Ne, wir können gleich... Einen raus. Ja. Ja, schon. Ja. Ja, okay. Das war's. Ich will aber gleich so einen raus, denn der kann so schnell wegschossen werden. Dann haben wir wenigstens, wenn wir den das nächste Mal raustun, dann ist wenigstens der hier... Jetzt ist er wieder da. Okay. Hat das Telefon geklingelt. Hm. Hm. Ähm. Ja, wenn wir den jetzt raus, dann haut der ihn uns weg. Hm. Ich mag aber nicht, dass er mir den weghaut. Oder? Mögt ihr? Was sagten ihr? Ach komm, der muss weg hier. Der ist ärgerlich. Achso. Was macht der? Entschuldigung. Ich muss mal auf die Karte ab und zu schauen. Erhaltet jedes Mal eine Rüstung, wenn der befreundete Diener Schaden nimmt. Okay. Habe ich so nicht gesehen. Ach, da ist er wieder. Den haben wir ja das Vögel mal weg, ne? Na dann. Fügt einem Diener fünf Schaden und benachbarten Dienern zwei schon. Das wird jetzt so ein langsamer. Da braucht man wieder eine halbe Stunde. Meine Güte, was ist denn bei drei? Jetzt mal ganz ehrlich. Also. Oder ist er wieder eingeschlafen? Oder Facebook. Facebook daneben bei. Oder natürlich. Es kann natürlich auch sein, er spielt auf einem Handy. Und das ist eben. Und das ist deshalb so lange dauert. Könnte nicht. Also, dass es nicht die Leistung bringt, ne? Und das dauert es eben. So lange, bis es dauert. So, dann hauen wir mal was hier raus. Damit wir wieder im Spiel sind, ne? Ja, ich habe jede Menge Wildtiere. Zum Beispiel erhält bloß Angriffe jedes andere eurer Wildtiere. Aber wir haben ja jedes Wildtiere weg. Das ist ja blöd. Und jetzt? Mach da nicht. Mach was du willst. Ich spiele nicht mehr mit. Ich spiele nicht mehr mit. Eure Wildtiere haben anstürmt. Aber ich habe keine Wildtiere mehr. Da müssen wir alle weghauen. Ja, mach da eine Rüstung auf. Das ist ja schön. Ich habe kein Schleimi. Scheiße, nicht. Was hat der ja vier? Aber Wildschirmer. Wildschirmer. Ich tue den jetzt nicht raus. Der haut ihn mir ja wieder weg. Mach doch was zu willst. Was ist denn mal hier? Fügt zwei zufälligen feindlichen Dietl in die Schleimung. Ich bin hart im Nehmen. Hm. Die Frage... Oh, das wird so schön passen. Wenn hier noch zwei wären. Na? Wird's richtig schön passen. Ja, ich muss zumindest... Er wird mich damit weghauen. Und dann den hier. Was will ich machen, ne? Was will ich machen? Immerhin gerichtet drei Schaden. Sagen wir es mal so. Jetzt kommt noch so ein Ding hier. Das ist ja übelst. Oder? Was sagt ihr? Jo. Hm. Hm. Jetzt könnten wir natürlich... Das hier machen. Ist aber noch nett. Nee, wir machen das hier. Wir nehmen das hier, ne? Und... Hauen wir mal einmal auf den Platz. Ja, schön ist das alles nicht, ne? Ah, der hat die Wild ist zwar im Großen, ne? Da kann ich ja kaum schauen. Hm. Gut, oder? Wir machen es trotzdem. Damit er weg ist. Hauen wir mal ein Wild hier raus und hoffen, dass es der Spotter ist. Jups. Jups. Das lassen wir mal noch drin. Hoffen, dass es der Spotter ist. Nee. Wie viele Waffen hat denn der noch? Da habe ich noch eine Chance. Hier habe ich, glaube ich, kein... In dem Trick habe ich kein... Soll ich vielleicht mal reintun, oder? Vielleicht mal eine Idee. Hm. Die Tore sind geöffnet. Vier, drei. Mal schauen, was er dazu sagt. Mal schauen, was er dazu sagt. Aha. Naja. Wer kann verglücken, ne? Das wäre das. Jetzt kommt er. Na, der wird schon noch eine Waffe haben. Na gut, ich habe einen Schleim mit drin. Das ist ja schon mal ein Wort. So. Nächster Spotter raus. Eure Wildtüren haben einen Strom. Ja. Schon. Was darf jetzt... Ich werde es trotzdem mal raushauen. Ich werde es jetzt trotzdem mal raushauen. Ja, ich weiß. Es war Fehler drin, aber... Aber... Ja, aber... Ja, es war... Nee. Ich werde es trotzdem mal raushauen. Oh Mann. Das macht einen Baum. Auf der anderen Seite sollte ich vielleicht jetzt noch gar nicht mein Schleim mehr raus tun. Versteht. Auf der anderen Seite bin ich hier natürlich fast tot. Verursacht. Verursacht zwei Schaden. Und weg. Und mit Taxa raus. Und fertig. Ich glaube, der hat noch mehr Waffen. Das ist so eine, die ist gleich weg. Ich glaube, der hat noch eine fünfe Waffe. Der hat bestimmt noch mehr. 100%. Ja, da haben wir natürlich jetzt wieder einen erwischt. Mit tausend Waffen. Mit legendären. Legendären und... Tja. Was soll ich sagen? Das war die erste Runde. Ein bisschen lahm am Anfang, aber... Ach, der hat uns gezeigt, wo der Hammer hängt, ne? Der hat es uns gezeigt. Uns in unsere Schranken gewiesen. Ja, die edigen... Ähm... Die edigen, sagt es, Waffen. Die haben uns fertig gemacht, ne? Aber wie will man gegen... Ich hab doch nur einen Schleim. Wie will ich denn dagegen ankommen, oder? Ich weiß jetzt nicht, was ich so großartig... Eure Seele wird mir gehören. ...falsch gemacht habe. Lasst die Jagd beginnen. Also, ein bisschen schon, aber so großartig... Weiß ich nicht. Naja, gut. Konzentrieren wir uns auf Ferry. Wie ihr drei neue Karten nehmt. Grüße, Ferry. Grüße, Ferry. Ich repariere alles. Ah, Mech. Hat Lust zu sagen, solange ihr ein Mech auf dem Schlachtfeld habt. Passt auf. Den mag ich nicht. Den mag ich nicht. Auf der anderen Seite... Ja, mag ich den nicht. Hallo. Ah, ich hab ne gedacht, dass er gleich einen haushaut, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Was macht er? Dann werde ich abgenutzt. Eindeutig. Also, das wäre Quatsch gewesen. So, fügt zwei Diener... Naja, jetzt kann ich natürlich nix machen. Hm. Hm. Wir lassen es mal. Wir lassen es mal. Wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Obwohl... Auf in die Schlacht, Madre! Oh, Mann. Ich glaub... Das sieht gut aus. Wir haben heute kein... Kein gutes Händchen. Kein gutes Händchen. Weiß Gott nicht. Das wird ja echt übel, oder? Sollen wir den noch auf eins setzen? Sehen wir lieber auch was anderes, oder? Oh, Mann. Ich... Heute haben wir kein Händchen, oder? Ich hab vorhin schon, als ich allein... Gibt es das so dürfte, ey! ...hab ich schlecht gespielt. Ich glaub, ich bin heute einfach nur schlecht. Hm. 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 Kann man natürlich jetzt nur hoffen... ...dass es die richtigen zwei trifft, ne? Das war's. Ach so. Ich hab gedacht, das ist jetzt den... Oh Gott, bin ich heute blöd. Das ist jetzt den Angriff nach oben. Äh, ja. Äh, nach unten. Magi, registrier! Oh Mann. Also... Ich weiß nicht, ich geb gleich auf. Nein, wir geben nicht auf. So. Ähm... Hm. Dann halt... Äh, geht hinter mir in Deckung. Oh, spiel ich heute einen Blödsinn zusammen? Ist ja nett. Den hätte ich auf eins bringen können. Ich spiel einen nicht. Ich werd euch das aber trotzdem zeigen. Man muss auch zeigen, wie man Blödsinn spielt. Ne? Das muss man auch zeigen. Äh! Man kann nicht immer nur die guten partieren. Oh mein Gott. Das ist echt schlimm, sag ich immer. Die Tore sind geöffnet. Es ist echt schlimm. Was kannten der? Jeder Spieler hält ein Ersatzteil, wenn der stürmt. Mhm. Ist ja schön, dass ich auch eins bekomme. Oh Mann. Der ist auch schlimm. Ja und nun? Ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll vor lauter Angst. Ich weiß es wirklich unwahrhaftig nicht. Vor lauter Angst. Hm. Und nun? Sagt's mir. Lebt wohl. Hau mal erst mal das Ding. Vier und drei wäre eine Sache. Hm. Wäre eine Sache, ne? Wir machen aber lieber vier und zwei. Das war's. Obwohl ich hätte vielleicht den Spotter noch hinhauen sollen. Wäre vielleicht gescheiter gewesen. Eventuell. Eventuell. Der sieht so aus, wenn er ein gutes Blatt hat. Ich denke mal so Keltussar wird kommen. So ein... Kennt ihr den? So viele Möglichkeiten. Tja. Vor allen Dingen hat der auch... Seine Hand ist voll. Voll, voll, voll. Voll. Ich bin schon abgebrannt. Ich hau nur noch hin und lasse mich weghauen. Tja. So sieht's aus. Seine Hand ist voll, aber nee, das interessiert ihn nicht. Was haben wir denn? Vertausch den Angriff und Leben eines Dieners. Hm. Hm. Wäre nicht das Schlechte. Also wir sind wahrscheinlich bis dahin froh. Achso. Verstollt. Okay. Gut gespielt. Gut gespielt. Hm. Ich verliere. Vielen Dank. Ich hab keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich weiß es... äh... nicht. Ich bin am Ende... am absoluten Ende angekommen. Tja, das war's für uns. Gut gespielt. Das war's für uns. Ach, er hat schon... Er hat schon... Er macht das tot und dann macht er mich tot. Sag mir gut gespielt, ich hab Scheiße gespielt. Das will man gar nicht hören. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Man will's gar nicht. Ich hab, um ehrlich zu sein, ganz ehrlich uns... salopp ausgedrückt... Scheiße gespielt. Ja... Irgendwie kommen wir mit unserem Jäger heute nicht voran, no? Probieren wir's halt nochmal. Mit Konzentration. Heieiei... Zwei Spiele nacheinander. Und so... Irgendwie deklassiert, ne? Das ist natürlich für die nächsten Spiele nicht gerade ein Motivationskeim. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Lasst die Jagd beginnen. Ich bringe euch zur Strecke. Ach, wisst ihr was? Nee, das muss weg. Das muss weg. Ich brauch ein was Kleiner... Ich sag ja immer, einfach da lassen. Manchmal muss man es einfach da lassen. Gut. Das war's. Grüße. Pussygull. Ja, obwohl bei so einem Namen wie Pussygull, ne? Haben wir vielleicht eine Chance. So, ich bin jetzt... Ohnmutes. Pussygull. Was hatten wir mal? Hartwichen? Pussygull. Ja, Pussygull. Galt wahrscheinlich. Perfekt. Den hauen wir weg. Die Frage ist... Na, wir nehmen das Wild hier. Aha. Warte, ich habe das weg. Wir hauen hier hin. Der andere gefällt mir natürlich nicht besser. Es ist immer, ob das Schwein kommt oder der, der hier, na, so einen Schutz hat. Der Spotter gefällt mir um einiges besser. Das ist ja wild hier, ja. Wieso kann der... Fügt den Feindlichen in den Helden, oder? Okay. Verursacht zwei Schaden. Hm. Hm. Okay. Ich glaube, den müssen wir mal raustun. Müssen wir ihn ersetzen. Durch was anderes. Ich glaube, das hier werden wir mal... bei meiner Seite. Ist auch nicht schlecht hier. Andere befreundete Diener haben... ...plus einen Angriff. Ist nicht schlecht, sag ich euch. Wir können nur zwei machen. Schade. 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 Wohl. Und da haben wir drei, ne? Zwei zufälligen Dienern, drei Schaden. Perfekt. Perfekt. Na? Das hat mal ganz gut gepasst, finde ich. Weil der hätte uns echt übel mitspielen können. Ich bin froh, dass er weg ist. Was können wir denn dann rausspielen? Entweder unseren Mackie... ...oder die Verstohlenheit. Hm. Ist doch die Frage. Wahrscheinlich eher die Verstohlenheit... ...und dann den hier... ...aufs Feld zu führen. Oder natürlich eher... ...den hier. Dann können wir ihn nämlich noch ein... ...auf den Pelz faden. Ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Und wenn... Magie registriert. Wieso haben wir denn dann eigentlich schon? Plus ein? Vielleicht sollten wir es gleich machen. Was ist das? Wenn ein feindlicher Diener angreift, lässt ihn auf die Hand seines Besitzers, kostet zwei mehr. Ist nicht das Übelste? Ich würde sagen... ...warte mal, oder? Warte mal, verursacht zwei Schaden. Ja, mach mal. Ne, mach mal nicht. Geht nicht, oder? Entschuldigt, weil der ist so zauber-immun. Ähm... Ah, dann... Ah, dann weiß ich es auch nicht. Wartet mal. Ähm... Der haut aber... ...ein davon weg. Ne, dann kommt der hin. Egal. Gut, dann kommt der hin. Wenn ein feindlicher Diener angreift... ...das machen wir mal. Und... ...wir greifen mal nicht an. Na? Ist so mein Plan. Wir greifen mal nicht an. Wieso? Das ist ja blöd gewesen. Und das... Kopie. Ich hasse diese... ...Kopie. Das ist ja wieder so ein... Ja, der... Das ist ja wieder... Oh, Mann. Das ist ja wieder so ein blöder... Guck mal hin, legendär. Ist das wieder wieder episch, oder was auch immer. Ich möchte mal gegen einen ganz normalen kämpfen. Oh, Mann. So, was haben wir noch? Zwei Schaden. Hm. Jetzt müssen wir mal schauen. Zwei Schaden. Da könnten wir... ...den wegbrezeln, ne? Oder? Denk schon. So. Ähm. Dann brezeln wir... Den können wir nicht wegbrezeln, oder? Können wir, können wir, können wir? Doch, können wir. Dann brezeln wir den weg. Und... Ähm. Jetzt könnten wir Verstohlenheit... Ja. Ich möchte aber den wegbrezeln. Weiß nicht, warum. Ja, wir könnten auch den... Aber... Ja, ich weiß es nicht. Können wir nachher immer noch. Ja, der hat immer noch so viele Karten... ...und ich habe so wenig, ne? Ist natürlich... Na, bis ist. Obwohl es jetzt... ...momentan freundlicher aussieht. Ich frage mich, ab... ...das Blöde ist, der hat noch tausend legendäre Karten. Und das könnte unser Untergang sein. Hm. Der hat noch ziemlich viel Leben, ne? Wir haben kaum Schaden gemacht. Jetzt bin ich schon wieder mit so einem Ding hier. So, jetzt haben wir einen Krabbler. Na, Moment. Das muss trotzdem weg. Tja... Oh, Mann. Oh, Mann. Ich kriege ihn nicht weg. Und dann... Na, ihr versteht. Die nächste Runde macht er mich. Hinüber. Oh, Mann. Also, da habe ich was Falsches jetzt gemacht, ne? Glaube ich. Ich glaube, da habe ich was Falsches gemacht. Okay, dann muss ich einfach durch. Habe ich einfach was Falsches gemacht. Was soll ich? Manchmal muss man da durch. So, kommen noch die Krabbler. Und gut ist es. Ja, das ist ja blöd. Eieiei. Ich weiß nicht, was ich... Hätte ich den noch nicht an Tatzen brauchen, ne? Ich glaube, da hätte ich gleich mit dem Löwen draufgekonnt. Ich habe es vorhin nicht richtig gesehen. Schade. Oh, wie viel Spott hat er denn? Das ist ja übelst, oder? Hm. Na, passt auf. Warte, halt. Hier haben wir da was. Ja, nee. Nee, nee. Äh, wir machen es so. Genau. So, dann... So. Oh, das ist blöd. Gerade gelaufen. Und... Jo, wie nennen wir? Ansturm noch, ne? So, los geht's. Hoffen wir, dass wir es diesmal schaffen. Nee, dass er noch irgendwas... Da, oh Gott, oh Gott. Er fügt allen Dienern zwei Schaden zu. Wenn er den irgendwie umbringt, dann ist meine ganze Reihe hier dahin. Ja, ja, ja. Seht ihr? Das meine ich damit. Das habe ich damit gemeint. Oh, Mann. Dieses blöde Schaf. Es hätte alles kommen können, ne? Wir haben einfach heute kein Glück. Man soll manchmal... Einfach an manchen Tagen... Soll man einfach nicht schreien. So, erst mal den Spock dabei. Aber wir können ja jetzt immerhin... Also, eigentlich müssten wir es schaffen. Wir brauchen ja nur noch zweimal hier drauf zu drücken. Selbst wenn uns alles hier... Wenn wir gar nichts mehr bekommen... Müssten wir es... Im Grunde, wenn es sich jetzt nicht heilt... Er zittert! Oder was? Natürlich noch... Eine Möglichkeit wäre... Müssten wir es schaffen. So oder so. Was war das überhaupt? Verdammt. Zwei Zogen. Warum denn ne drei? Das wär schön. Zack. Batsch. Ich übernehme das. Pussygull. Erster Sieg. Damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns gleich zur zweiten Runde. Ich versuche es trotzdem nochmal. Ich habe noch eine halbe... Ein halbes Stündchen habe ich heute noch Zeit. Würde ich gerne noch... Im Grunde würde ich das gerne noch mit euch hier verbringen. Ciao, ciao! Ich kann das Trend 말 better do. Und ich kann ich das noch so alors... é, es kann ja sein OVER House celebrieren.